Ich habe hier gar nicht erst großartig ausgemacht, wir fahren direkt weiter. Ihr wisst ja hier die Strecke kostet mich schon wieder einiges an Nerven, aber ich brauche da wahrscheinlich auch. Wo kann ich das? Jawoll! 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 Nein! Aber... Grandios Geräte drüben ich da! Ah nein! Ich mach jetzt mal ein Auflocker. Ja, außer natürlich wenn ich in den Garten bin, dann eher nicht so. Bunnyhop auch mal versehen kriegt. Wenn ich es will, dann kriege ich es nicht hin, und wenn ich es nicht will, dann... naja, wie derselbe. Na komm, da hoch! So. Naaaaach! Meines! Aber ich hatte ja neulich den Frank da, und der hat sich kaputt gelacht über meine, äh, Skills hier quasi. Aber ganz ehrlich, dann hat er das mal, oh man, einmal ausprobiert, und ähm, naja. Sagen wir mal, da war ich noch besser. Sagen wir mal, da war ich noch besser. Da hat er nicht mehr gelacht. Aber natürlich ist es erlaubt zu lachen, denn... Ich hab mich ja manchmal, wenn ich gerade... ... so konzentriert bin... ... nur mein eigenes... ... so blöden... ... Freund... ... quasi. Ehhhhhh... Nacken! Na gut, dass wir die Tricksers lassen, hier aber auch mal komplett. Oh, ab in den Bach! Ne, langsam! 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 Voll lang! Vorne lehnen! Oder wo? Ah, das kommt mit der Bunny Hopp! So ein bisschen doof, wenn man sich nämlich nach vorne lehnt, während man nach hinten... ... also wenn man nach hinten lehnt war... ... und sich dann nach vorne lehnt, dann... ... ebenso ein Bunny Hopp! Und das ist, äh... ... und sich zum Beispiel wiederum... ... und sich schnell ab. Ja, genau. ... ... ... ... ... ... ... Ich weiss nicht, wie ich davon ne Superkontrolle ist. Es war so, dass ich irgendwie sehr offensichtlich für Gas gebe. Aber das kommt daher, weil ich hier ne Zeit haben sollte. Die ist respektabel. Und naja, offenbar ist es halt manchmal so, dass es weniger ist. Jetzt komm ich hier nicht mal mehr rüber. Da lachst du ja nicht auf das Boot. Was ist denn los? Egal, erstmal die Strecke überhaupt geschehen. Jetzt gehts wieder. Rausgehen, super. So, jetzt hab ich mehr Gas gegeben. War wohl auch der bessere Weg. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir da rüber? Ja, genau. Ja, genau. Oh, yes. Schafft's doch nicht wieder. Immerhin Silber. Gar nicht so schlecht. Komm, einen machen wir noch. Obwohl, ja doch, komm, einen machen wir noch. Natürlich wollen wir da. Ich hab gerade gar nicht gepumpt, was wir brauchen. Aber... Kissen-Feller schaffen wir bestimmt noch. Ja, haben wir schon... Ich hab's halt gewonnen. Wir haben ihn wieder liegen lassen. Wir haben ihn wieder liegen lassen. So, vollgas. Jetzt kommt wieder die Stelle. Nein! Ah, blöd Mann. Ich muss oben für den Baum ein bisschen langsamer runter, damit ich unordentlich Schwung holen kann. Jetzt haben wir übrigens mal einen Ghost, also unseren kleinen Held, der damit fährt. Da muss man so ein bisschen liegen, wann man vorne liegt, wann man liegt und so weiter. Und auch wenn wir jetzt eine Silbermedaille auf dem Kerbholz haben, möchte ich letztlich weitermachen mit Goldmedaillen. Da haben wir schon sehr recht. Ah, nein! Nein! Das Ding hat sie. Weiß ich auch nicht. Irgendwie manchmal... Zweifel ich da so ein bisschen an mir selbst. Da muss ich mit dem Hinterrad zuerst aufkommen. Aber noch liegen wir vorne. So, das sieht jetzt nicht schlimmer aus. Dafür wieder die Gegelschichte. So, und jetzt muss ich ein bisschen locker bleiben. Ich lasse mich mal zurückrollen, auch wenn das jetzt keine bessere Zeit wird. Aber ich möchte gerne mal wissen. Okay. Okay. Ja, gut. Okay. Aber das ist eigentlich jetzt so... Also, das ist machbar. Sagen wir es mal so. Schon wieder nicht geguckt. Außer die Goldmedaille. Aber... Das ist auch egal. Weil jetzt hole ich es ja einfach ohne. Dann muss ich mit dem Hinterrad aufkommen. Von links. Na gut. Okay. Jetzt aber. Das ist ein bisschen Flintstone. Es ist anstrengend. Es ist anstrengend. Hütf. Hütf. Ah, zu viel Gas. Hätte ich mal nicht sagen sollen. Hätte ich auch noch nicht gehört. Wäre auch nicht passiert. Hütf. 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 Hätte ich mal nicht sagen sollen. Also ich weiß nicht, das habe ich doch teilweise schon voll gut hingekriegt dort, ey. Ja, das ist schon wieder scheiße. Entschuldigung, aber es ist einfach nur, wenn die Folge rauskommt, würde das ja auch scheiße sein. Oh, das nehme ich einfach mal raus. Ich denke immer schon, der kippt wieder zurück, gibt wieder ein bisschen Gas und, naja, habe er nichts noch gekippt. So, jetzt mal mit der Sinn und Verstand wieder die ganze Geschichte. So, dann auch nicht nur vorne, ne. Jetzt nicht mehr. Aber wegen sind wir überhaupt voll wieder durchgekommen hier. Wo wir die 2 sind. Schauen wir mal, da kann man ja noch mal aufholen. Ne, können wir nicht. Ich bin da aber auch gut gefahren, so. Das ist ja, das ist aber ja auch nicht mehr aufzuholen hier. So. Wäre auch total eigentlich, naja, kein Problem, würde ich nicht sagen, aber wäre echt viel einfacher, wenn wir die 2 sind. Oh Mann, was für Scheißwand ist das das. Oh, ja, mit dem Kopf hängen geblieben. So. Wäre auch so einen langen Hals haben. Wäre das alles kein Problem. So, hier rüber. Hier. Drauf. Und aufwärts gehen. Ja. Ja, super. Das wäre auch noch nicht passiert, glaube ich. Denken wir mal wieder neue Probleme, ne. Aha, es ist zu Gas. Mann, Mann, Mann. So. Wenig Gas. Wenig Gas. Kommt man da hoch? Ich werde da jetzt langsam rüberfahren. Ich hoffe, das spart mir eine Zeit. So, jetzt gehen wir langsam hoch. Dann hier Vollgarten. Oh, das bringt allerdings hier ein kleines Problem ein. Das heißt, wir müssen da auch noch langsam rüberfahren. Vielleicht das? Nein, vielleicht nicht. Nein. Ach, wieso schaffe ich das denn dieses Mal nicht? Das war so gut. Jetzt aber. Go for gold. So, jetzt kommt aber wieder der. Wenn er den kommt. Kommt er. Der Baum. Ein Salto. Einigermaßen locker bleiben. Äh, ja Mist. Da verlege ich jetzt ordentlich Zeit, ja. Irgendwann, das ist nicht so schlau. Ich hab das so im Gefühl, dass das geht. Was hab ich eigentlich drin, das zu schaffen? Ja. 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 Das war auch scheiße. So, jetzt kommt er drüber. So. Hier drüber. Da kommt der Baumstamm wieder. Oh nein! Ach, wieso gebe ich denn da so früh Gas in die Trottel? So, guter Try. So, hier hoch. Dann ein bisschen bremsen. Rüber. 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 Ja, komm 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 komm. Ja, siehst du, du schaffst es doch. Wenn man wirklich will. So, jetzt hier hoch. Drei. Okay. Tja, da muss ich mich immer zurückrollen lassen. Weiß nicht. Sonst schaffe ich das nicht. Da muss ich einfach cooler aufkommen. Aber das ist jetzt der letzte Try. Ansonsten gehen wir weiter zur nächsten Strecke. Der Fluch der Silbermedaille ist ja eh schon angebrochen. So, dann rüber. Aber nein, das wollte ich doch gar nicht. So. Jetzt haben wir hier auf die falsche Taste gedrückt. Ich wollte doch bremsen. Na gut, das waren... Einen noch. Komm, einen noch. Dann ist aber auch... Mit dir. Nein. Feierabend. Die Strecke. Haben wir in Silber. Muss reichen. Schauen wir uns mal... Entschuldigung. Trouble im Tempel an. Wollte ich sagen. Natürlich mit der Road. So. Darum Aliens. Okay. Dann bin ich ja mal gespannt. Warum denn Aliens? So. Auf gehts. Direkt mal die Wand hoch. Hm. Hm. Da muss ich irgendwie schneller sein, habe ich das Gefühl. Hm. 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 Das ist die Gasse. Ja. Na gut, aber da ist es doch. Oh. Oh, sogar getan. Ich dachte, dass er da jetzt mit Kopf wieder hängt da. Oh. 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 Ja. Das war ganz nach unten. Blöd eigentlich. Da würde ich gerne so ein Bein. So. Das ist gar nicht so einfach. Meine Güse. Okay. Das war scheiße. Geil. Da kann man Salto drüber machen. Sehr gut zu wissen. Muss ich nur noch früher ausleiten. So geht das. So wird es gemacht. Ich zeige euch das. Wie das crashen tut. Nein. Das ist klar. Genau. So geht das. So. Autsch. Ja. Dann muss ich besser rüberkommen. Ich muss es früher ausleiten. Aber das geht ganz gut. Dann muss ich mir nicht Zeit. So. Hallo. Ah Mist. Ich habe nicht genug Anlauf gehabt. Darum muss ich fremden. Ja. Auf den vergessen wir mal gleich ganz. Wieso geht das denn jetzt nicht mehr? Hallo. Häääääääääää. Sag mal. Boah, das hab ich da eben immer hingekriegt. Dann eben auf die Tour. Aber dafür reicht der Power dann nicht. Also langsamer. Ne, Moment, hab ich immer ein Seil durchgekriegt. Jetzt krieg ich auch wieder hin. So, dann haben wir da nämlich richtig schön Power. So. So, noch vernünftig landen, verdammt. So, nicht ganz so viel Kraft. Hier auch nicht. So, das war ein bisschen sehr wenig. Ich hab die Schirme mit den Kindern an der Wand lang gestrabbelt. Schrabbelt ist auch ein Transport. So, jetzt komm ich. Da rüber. Nicht zu viel Power. Ich hab schon wieder hinten so doof. Ich drück immer auf. Läufer suchen anstatt bremsen. Oh, schon wieder. Oh, schon wieder. Feierabend, äh, morgen gut weiter. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank.